Der Football Club de Mulhouse ist ein Fußballverein aus Müllhausen, der größten Stadt des französischen Departements Hautrin im Elsass. Die wechselvolle jüngere Geschichte der Region, die zwischen 1871 und 1918 sowie von 1940 bis 1944-1945 in Deutschland inkorporiert war, spiegelt sich auch in der Geschichte dieses Clubs wieder. Gegründet wurde er 1893 als Fußballclub Müllhausen 1893. Unter diesem Namen tat er bis 1918 und erneut 1940 bis 1945 an. Dazwischen trug und seither trägt er seinen heutigen Namen. Die Vereinsfarben sind blau und weiß, die Ligamannschaft spielte ab 1906 im Radstadion. Nach dem Ersten Weltkrieg im Stade de Burzwiller und heute im Stade de Lille, das eine Kapazität von 11.303 Plätzen aufweist. Vereinspräsident ist allein drei Fuß, die erste Mannschaft wird von Haki Maybeche trainiert. Die Anfänge Zu den frühesten Aktiven des FC gehörten englische und elsässische Oberschüler, erster Präsident war Emile Reis. Fußballspiele sind ab 1895 überliefert, darunter zwei Begegnungen mit den Gresshoppers Zürich. 1901 schloss sich Young Boys Müllhausen dem FC an, der 1904 dem Deutschen Fußballbund beitrat. 1904, 05 nahm Müllhausen zum ersten Mal an einem organisierten Spielbetrieb teil, setzte sich am Oberrhein gegen Freiburger FC und SV Straßburg durch. Wurde in der anschließenden Runde des Süddeutschen Südkreises aber nur Dritter von vier Teilnehmern mit lediglich einem Sieg. Danach allerdings scheiterte der FCM bis 1914 alljährlich schon auf unterster Ebene am Freiburger FC, der dann seinerseits in der Südstaffel Süddeutschlands Jahr für Jahr meist chancenlos blieb. Im Frühjahr 1914 trug der FC einige Freundschaftsspiele gegen französische Mannschaften aus und erreichte dabei überraschend gute Ergebnisse gegen die Meister von 1913 und 1914. Kein halbes Jahr später beendete der Krieg nicht nur internationale Fußballspiele. 1919 trat der FC Müllhaus dem französischen Fußballverband bei. Wurde zwischen 1921 und 1932 sechsmal Meister des Elsass und erreichte 1932 seinen bis heute wohl größten Erfolg als Gewinner der Coups Ocho. Allerdings zählt dieser Pokal nicht als offizielle Meisterschaft, weil es noch keine einheitliche höchste Spielklasse in Frankreich gab. Immerhin qualifizierten sich die Blau-Weißen dadurch für die erstmals 1932-33 ausgetragene, professionelle Division 1, aus der sie als Tabellenletzter der Gruppe A aber sofort ab und in die sie ein Jahr später wieder aufstiegen. Der folgende sechste Platz in der Saison 1934-35 war gleichzeitig ihr bestes Klassement aller Zeiten jenseits des Rheins, der von Rapid Wien. Gekommene Österreicher Franz Weselig wurde mit 24 Treffern für den FCM drittbester Liga-Torschütze. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Müllhaus nur noch zweimal für jeweils ein Jahr im Oberhaus mit. Er hat der Verein im französischen Pokal auf sich aufmerksam gemacht. 1928 stieß er bis ins Halbfinale vor, das Viertelfinale erreichte er 1969, 1984, 1989, 1990, 1995 und 1998 aber Titel holten in all diesen Jahrzehnten nur die Nachbarn aus Straßburg und Socho, Liga-Zugehörigkeit. In Frankreich Profistatus hat Müllhaus 1932 bis 1939, 1945, 46. und 1980 bis 1999 besessen. Erstklassig spielte der Klub 1932, 1933, 1934 bis 1937, 1982, 1983 und 1989, 90 still. Aktuell tritt er in der viertklassigen CFA, der höchsten Amateurliga des Landes an. Während der deutschen Zeit 1934 bis 1918 gab es nur einen regional sehr zersplitterten Spielbetrieb, in dem Müllhausen lediglich in einer Saison über das Dreieckland hinaus auf sich aufmerksam machte. Von Juni 1940 bis November 1944 spielte der FCM in der Gauliga Elsass eine von damals 26 erstklassigen regionalen Ligen in Deutschland. 1940, 1941, Platz 1, nach 3 zu 1 und 1 zu 2 gegen Rasensportclub Straßburg, Endrunde um die deutsche Meisterschaft. In der Vorrundengruppe letzter mit 1 Uhr 11 Punkten, 1942, 43, Platz 1, Endrunde um die M4 zu 2 gegen Kickers Offenbach, 3 zu 5 bei Kriegsspielgemeinschaft FV Altenkessel, Saarbrücken. 1944, 45, nicht mehr abgeschlossen. Erfolge, französischer Meister, Fehlanzeige, bisher beste Platzierung war Tabellenrang 6 zu dem 1932 Gewinner der Coups Ocho. Eines allerdings inoffiziellen Vorläufers des Championnat de France, französischer Pokalsieger, bisher Fehlanzeige. In Deutschland, Meister der Gauliga Elsass, Sieger des Gaupokals Elsass 1943, 1944, bekannte Spieler in Vergangenheit und Gegenwart, französische Nationalspieler. Die Zahl der Länderspiele für FC Mülus und der Zeitraum dieser internationalen Einsätze sind in Klammern angegeben. Mauriz Ebanide vorher und danach je drei weitere Länderspiele für drei andere Vereine. Paul Paulet Bloch, Marcel Kaufmann, Pierre Korb, Lucien Laurent vorher neun weitere Länderspiele für zwei andere Vereine. Guillaume Vélidlieb vorher zehn weitere Länderspiele für zwei andere Vereine. Didier Six, andere bekannte Franzosen George Bologna, Raymond Domenech, Bernhard Ganghini, Yannick Stopperer, deutsche und österreichische Spieler Edmund Kohnen, Karl Gall, Manfred Kaltz, August Klingler, Willibald Kress, Ernst Otterbach, Karl Schott, Franz Weselig, Präsidenten des Vereins, Quellen.